Ich würde sagen, ich war bereit. Stopp, warte mal erstmal. Warum bist du Level 101? Das musst du jetzt erstmal kurz hier erläutern. Komm, sprech mit mir. Bitte Stellungnahme. Ich hab mir gerade etwas gekauft. Warte mal, wie viel hast du gespielt in der Season? In dieser Season? Ja, ja. In dieser Season hab ich noch nicht gespielt. Ja, okay, perfekt, Digga. Ich auch nicht, ey. Digga, ich dachte gerade, du hast ehrlich 100 Level gegrindet. Nein, 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 Digga, ich hab die alle geholt wie so ein Ehrenloser. Ich hab sehr lange kein Fortnite mehr gespielt. Und ich hab auch ein bisschen Bock. Gerade wenn Errenjäger droppt, hab ich mies Bock. Weil das ist einfach funny, mit dem rumzugleiten. Aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht mal die Steuerung, Alter. Ich weiß einfach nicht mal die Steuerung. Guys, es gibt den Errenskin noch nicht. Der ist noch nicht draußen. Der wird noch released. Digga, was ist das für die Mord? Virus am Ball. Hab ich heute gekauft für stolze 10 Euro, Digga. Nein! Das Ding ist, OPT stockt jeden Tag Fortnite. Also, das haben wir privater Zeit. Nein, nein, nein. Overwatch. Digga, bist du ein Overwatch-Grind wieder drin? Shit. Oh, nein, nein, nein. Nein, nicht sterben. Oh, es ist der Schicht zu unserem... Nein! Wo seid ihr? Auf dem Dach, Digga. Schaffe. Ah, ich hab verkackt. Fuck. Das war nicht bad. Digga, du kannst die Verantwortung mir nicht überlassen. Digga, hör auf damit. Digga, ich bin raus, Leute. Nein! Ja! Oh nein, High-Grind auf Obi-Wan angelehnt. Oh, er kommt! Oh, nice. Okay, wir sind zu zweit. Egal. Oh, fuck, muss ich auf. Es ist die Einspieler-Runde. Los, Gegner, für den Sub. Einspieler-Runde. Chillt mal. Nein, nein, das ist wie in Anime-Arc. Wir sind jetzt zurückgekehrt zu Fortnite. Wir sind zurückgekehrt. Und, äh, Jan spielt sogar wie ein Dad. Ich spiel halt wirklich wie ein Dad. Ich kann nicht mehr, was dagegen sagen. Ich kann nichts sagen. Wir sind wieder back. Wir haben uns ein bisschen angeschaut. Wir haben ein bisschen Sensationsgeier dann geguckt. Jetzt gehen wir rein. Loopt schnell. Hauen ein paar Leute weg. Es war mein Momentum. Und dann holen wir den Sieg. Ich sag ja immer wieder, weißt du? Mein Motto ist immer wieder. Einige gewinnen im Spiel, einige im Leben. Muss man sich aussuchen, Bro. Alter, hier ist so ein richtiger Shogun, Alter. Alter, der Drop. Hast du auch diese Art und Dubstep-Scheiß? Hast du da so ein bisschen Kreuzheben-Vibes? Ja, sofort, ey. Ich krieg's von Rückenschmerzen, Leo. Boah, noch ein Schwert, Digga. Unglaublich. Double Shishi Son-Satz. Noch eins in den Mund, Digga. Perfekt. Ja, Mann. Einfach zu Zorro, man. Geht's los? Ja, da habe ich den Gegner. Ey, warte, da renne ich stupide rein. Ich habe Angst. Guck mal, da sind es schon welche am Fighten. Da kommen wir dazu. Und snacken einfach ab. Alter, ich möchte nur mal Gegner sehen, bitte. Jetzt müssen wir eigentlich nur Gegner suchen und dann haben wir es eigentlich. Eigentlich haben wir den Win in der Tasche. Eigentlich schon. Ja, Leute, wie geht's euch sonst so? Alles gut bei euch? Vielleicht treffen wir zwei E-Sportler-Zwölfjährige. Ja, 100%. Das ist auch so eine Runde, die genau so ablaufen wird. Ich schwitz mir jetzt schon meine Hände zurecht. Gegner hinter uns. Mit Schwert, mit Schwert. Die haben auch Schwert. Jetzt, das sind die Zwölfjährigen, auf die wir gewartet haben. Oder ein dickes Sniper. Hä? Oh ja. Komm, wir haben ein paar Hits. Nice. Komm her, Digga. Schischi, zock zum Baby. Oh, Digga. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, wie schlecht wäre das? Ah, weil wir zu gierig waren. Das hat sich wehgetan. Das war so bad, Digga. Oh mein Gott. So, Freunde. Bevor wir hier also weitermachen mit Fortnite, kommen wir kurz zu Fortnite. Ja, ihr habt es richtig gehört. Denn dieses Video hier wurde von den Boys und Girls von Epic Games unterstützt. Und ich weiß, bei der ganzen Hülle und Fülle, die Fortnite nur mal raushaut, kann man den Überblick sehr schnell verlieren. Ich meine, bei dem Vegeta-Greedy kommt man halt mal durcheinander. Ich bin aber hier, um euch zu sagen, dass Season 2 von Kapitel 4 von Fortnite gestartet ist. Und das ist für mich und nicht relevant, weil diese ganze Season hier Anime und eben Japan angehaucht ist. Was eben heißt, dass die ganzen Skins, die ihr freispielen könnt, im Battle Pass genau diesen Vibe widerspiegelt, den wir Anime-Manga-Fans eben so nice finden. Und jenseits des Meeres, wartet schon sehr bald Erenjäger auf euch. Ja, die haben den Boy einfach reingepackt und es ist das absolut Geilste. Auch die Map hat sich geändert. Es gibt mich nun eine neue Stadt namens Megacity, die eben im Neo-Tokyo-Style daherkommt. Und keine Sorge, die werden wir in diesem Video noch mehr erkunden. Es gibt also hier wieder sehr viel zu erkunden und keine Sorge, falls ihr so ein Noob seid wie ich, ist das gar kein Problem, weil der Null-Bau-Modus von Fortnite ist am Start. Das heißt, ihr könnt einfach reingehen, eine gute Zeit mit euren Freunden haben und euch keine Gedanken daran machen, dass irgendwelche Leute mathematische Formeln aufwerfen, um Gebäude zu bauen. Also Leute, wir gehen rein in weitere Fortnite-Action. Komm, jetzt reißen wir uns zusammen, wir holen den Scheiß-Win, wir brauchen den Sieg, komm. Ja, okay. Ich sag, wo wir droppen. Komm, wir droppen hier, Anvil Square. Ey, aber niemand killt, Alter, ich zieh durch. Wir müssen jetzt raus, raus, raus aus dem Schuppen, raus aus dem Schuppen. Bedankt dich beim Busfahrer raus. Ja, das mit den Gegnern, ich weiß nicht, sind irgendwelche Fortnite-Freaks im Channel, spielen wir vielleicht falsch, springen wir falsch ab, weil, Alter, wo sind denn die alle? Aber wenn wir Gegner sehen, dürfen wir nicht wieder so durstig da hinrennen. Ja, ich denke, lieber, lieber Attacke, als zu warten. Ja, safe, aber dann warten wir wieder in der Lobby, Digga. Gegner gesehen. Ey, die sind bei dir, ne? Ey, warte mal, da unten sind sie, ich seh ihn. Am Auto? Ja. Nee, nee, da. Ich ping ihn gleich an. Hilfe. Zack, zack. Geht's hit. Nice. Ich weiß, Chance, ich hab mies verfehlt, aber OPC hat Drucks aktiviert. Raffi, gut in Fortnite? Nein. Aber egal, Junge, ein Kill geholt. Wenn ihr das L in Fortnite kommt, das kannst du ja schon im Menü sehen. Die Frage ist, ob die auf 3D-Manövergerät machen. Egal, ich sag, oder Titan-Wandlung. Mit Sound-Wandlung. Ey, das wär so geil. Das wär krass. Ja, das Ding ist Warzone, also Call of Duty hat ja auch gut verkackt. Alter, Ryder und Levi, ne? Die hatten die Chance mit AOT, Digga. Das ist auch geil, so ein Fieler-Scored aus gepanzerten Titanen, die so raiden, aber... Da hinten, nee, nee, das sind die. Warte. What the hell? Nice. Ey, Digga. Ey, ich hab mich gerade so oft nicht getroffen. Hilfe. Alter, er hat mich gekillt. Ge-one-shottet. Er ist da oben. Warte mal, kann ich ihn fingen? Aufdings. Da ist er, bei dem Berg. Er kommt rüber, Seilbahn. Er kommt hier hin. Oh nein, hier ist noch einer. Rechts. Was? Ey, er hat mich one-shot gesniped, Digga. Ich konnt nichts machen, Digga. Ey, das sind drei Teams, Digga. Drei Teams. Das mein ich. Das ist meine ewige Angst. Einfach dieser Sniper-Laser irgendwo one-shot-tot. Das war's, Lobby. Scheiße, Digga. Oh, hinter dir, hinter dir. Digga. Oh, ich war ready. Wirklich, ich wusste, dass er da ist. Oh, fuck, Digga. Das ging ja richtig handlos. Nosekins. Das sind kleine, zwölfjährige Nosekins, auch vom Tablet aus. Wie sind wir denn? Kleine Nosekins vom Tablet. Scheiße, ey, ich fand das nicht. Ja, ey, ich geb zu, ich hätt echt noch mal so zehn Stunden vorher... Bisschen warm spielen, ja. Ich hätt vorher ein bisschen griden müssen, das stimmt schon. Ja, ja, auf jeden Fall, Digga. Ey, ein bisschen warm spielen, Leute. Oh, Mann, ey. Oh ja, bitte sei ein Noob. Er ist kein Noob. Ich bin ein Noob. Ich bin so ein Noob. Ich hole jetzt deine Karte und belebe dich wieder, ansonsten sterben wir. Danke dir. Oh ja, nice, abstauber. Bim, bomm. Nice. Moin, Meister. Da bin ich. Moin, Meister. Im Rucksack hat er mich. Oh, Neustart, komm. Danke. Danke. Das ist vielleicht die Runde. Jetzt haben wir so oft auf die Fresse bekommen, dass wir skill-based matchmaking noch irgendwelche Bots kriegen. Ja, das wär geil. Boah, das wär echt geil. Mann, ah, da wird geschossen. Warte, da nicht hinlaufen direkt, warte. Ich muss hinlaufen, das leuchtet rot auf und ich muss da hin. Das ist ein Slip and Fall. Ja, das ist doch richtig, das ist ein Slip and Fall. Ach, Bütze, es müsste doch irgendwo hier Gegners geben. Jetzt noch ein Schwert, ey. Oh, fuck. Lauf zurück. Nein, nein. Boah, Digga. Ich hab eine Tablet-Noob abbekommen, zum Glück. Ey, er kommt so aus dem Nichts, Digga, fängt an zu schießen. Ich denke mal, was ist jetzt los? Seht ihr, Chat? Win! Man, ich treff nix. Hilfe! Ha, aber den treff ich auf random. Ha, den treff ich, oder was? Digga, den letzten Abstauber-Schuss, den trifft der, Digga. Den hittet er. Aber den hitze ich, Alter. Ah, nein, das ist ja unverfassbar. Den hitze ich genauso. Weißt du, wie ich den hitze? Den hitze ich, wie ich den Grinny hitze. Oh mein Gott. Da oben einfach eine Himmelsinsel. Was geht da ab? Ohne Gashima, ja, ja. Oh, ich werd gejagt. Okay, dann hau rein. Nice, Digga. Cool, dass wir so zusammenhalten. Oh, hier. Digga, er ist absoluter Pro. Der andere ist absolut krank, Digga. Der ist von Gokus heftig. Ich hab mich so weggefickt. Wow. Digga, das sind ja zwei E-Sportler vom Dienst. Ey, wie schnell. Wir sind wie denn gestorben gerade? Oh, Alter. Der Gokus hat mich gefühlt einmal angeschossen. Ich war sofort tot. Was ist das denn, Alter? Ich hab gerade ein Team besiegt. Hau ab. Oh, pass auf. Pass auf, Digga. Oh, nice. Ruhebewahn. Aber Chad, sag doch jetzt nicht bei jedem Gegner, es war ein Bot. Sag doch, Ruffy, Digga, krass, wie du den geholt hast. Was für ein Comeback du gemacht hast. Oh, hier? OVC? Okay, das ist echt ein Bot. Der überlasse ich dir. Okay, der gibt mir heftige Bot-Energy. Moin, Meister. Hä? Funke, Chad. Ich hab nur Shotgun, Digga. Ich muss da hinlaufen. Ich seh, dass du kämpfst, aber ich komm nicht ran. Der ist E-Sportler. Der ist fast tot. Ich hab ihn gekillt. Habt ihr gesehen, Chad? Ich war's. Hier sind schon mal gar keine Gegner. Da fangen wir erst mal an. Ja, außer jetzt irgendwo. Oh, hallo? Digga, nein! Fuck, Digga. Ich hab ihn gekillt. Aber jetzt holt er, er holt seinen Team heute und töten mich. Digga, ich bin hochgegangen, ne? Er war einfach random. Nebenbei, ich war voll überrascht. Was? Ich versuch hier runter zu springen. Vielleicht, doch, dann stell mich. Mach, 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 mach. Okay. Okay. Dümster Call aller Zeiten. Stell dir vor, du hast dich gefangen. Das ist so geil gewesen. Ja, er hat dann die Dings wieder belebt, ne? Musst aufpassen. Oh, schießt! Was ist das? Nice! Big! 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 Digga, es hört sich dann einfach aus. Das ist just like Poli. Ja, los, ihn, los, ihn. Er ist nervös. Ah, schade! Oh mein Gott, nein! Dieser dumme kleine Scheißbalken. Ja, der Balken. Ey, es ist so sad, ne? Er wird verbrannt. Ich fühle es persönlich. Entzünd' dich an. Tschüssi Zonzon! Ja, Mann, schlitz ihn auf. Digga, wieso lebt er immer noch? Oh, Tschüssi Zonzon! Jawohl, endlich! Ja, geil, ey. Niedergeschreckt wie ein dreckigen Horn. Geil, ey. Ich dreh durch. Ja, Mann, disrespekte ihn noch. Lass nochmal auf eurer Leiche emoten. Warte, emoten. Wir schreißen so jede Runde rein. Wir sind so frech, ey. Da hätten noch welche. Da liegt ein Schwer. Das war kein Bot-Chat, Digga. Das war E-Sportler. Mach doch jetzt nicht so. Moin, Meister. Oh, das ist ein Gott. Oh mein Gott. Hier ist er. Ab, Digga. Ja, dann war ich auch wieder zu greedy, Digga. So viel zum Thema Locked-In, Alter. Ja, nick, Digga. Wenn du gut bist, komm. Komm, aber du musst das schon liefern, ne? Wenn du jetzt scheiße willst, dann kein Bock, Alter. Dann fliegst du sofort raus. Sag ich, wie du bist. Okay, Jungs, mach mal ein Call. Ja, ihr müsst ansagen. Ich hab die Map noch nicht gespielt. Mach mal eine Ansage. Wie, Digga? Ja. Ich dachte, ich bin gestern aus dem E-Sportler. Ja, ich hab auch seit Monaten wieder Fortnite, Digga. Wir werden hier geflamed. Digga, das wird jetzt absolut eine Katastrophe. Wie kann es sein, dass wir vieler-Scored spüren und keiner hier ist? Bei euch, ja. Ach, Mahakir, ey. physical. Und Win-Win würde es nimm, Win-Win würde es nicht. Digga. Ja, gesandwitcht. Digga, ich muss auf Dings lexeln, aber ich hab's hier... Ey, ich bin so scheiße, ich wollte die ganze Zeit wechseln. Hab's deinen Kollegen da? Ah, Mann, Digga. Wenn ihr das schafft, wäre geil. Die Banane, Digga, die Banane. Fick, Digga. Fick, Fick. Geil, Jungs. Geil, geil, geil. Richtig stark. Komm her, komm her. Richtig stark, Guys. Hilf mal Hilfe. Oben aufm Berg. Hier von unten. Ja, ja, Berg unten. Oh. Wieso treff ich dich nicht, Digga? Nice. Frag, Jungs. Einglück, Shad, dass der schlechter war als ich. Das heißt schon was. So, gucken wir mal, was ist denn hier los? Drei Teams, also noch zwei volle Teams. Geist, Digga, es ist jetzt oder nie. Wir müssen erstmal den Squad bisschen assemblen. Das ist wichtig, glaube ich. Das ist der Vorteil. Wir machen auch ein Sneaky. Das ist das einzige Full-Team. Meine Hände schwitzen. Oh, ein dicken Hit. Oh mein Gott! Digga, da hat nämlich Blut gerade. Habs, habs. Zwei, eins? Ich hab beide. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Oh shit! Einer liegt hier. Ich hab ihn fast. Ich hab nicht, Jagdniss, Jagdniss. Ich mach Schwert-Action. Wir sind beide tot bei uns. Genau hier. Nein. Geht das hier! Ja, Jungs! Wir haben einen Winner! Oh mein Gott! Zum Glück! Ich hab nen Upload! Jaaa! Oh mein Gott! Jungs, nur durch Team. Hat die Kraft der Freundschaft. Geil. Wer war denn am Ende? Down! Ich! Nick war Down, der einzige. Ja, warst du nur ich, du auch! Du dreckiger! Ja, wir haben es am Ende gemacht. Ist gar kein Problem, Opi.